So, es geht weiter. Wir sind bei einer echt freundlichen Familie. Eine Menschenfresser-Family. Und die haben uns einfach mal eingesperrt. Warum auch immer. Diese Schweine. Was, was, was? Aus hier. Äh, noch nicht, aber... Genau. Ich glaub, die wird nicht mehr mit uns reden. Lilly, ich bin sorry. Geh nicht mit mir, Lane. Geh nicht mit mir. Ich weiß, du liefst Kitty und ich auch. Aber er hat getan was er zu tun, damit wir alle leben können. Für was? Er hat seine Familie. Und du hast Clementine. Ich habe nichts. Er hat mich mit nichts. Hm. Toll. Larry? Hm, der sieht aus wie... Äh... Der sieht aus wie so'n Vieh aus meinen anderen Let's Plays. Cairo Botica. Gut, was machen wir jetzt? Was jetzt? Hm. Äh, nochmal reden? Stimmt. Wir haben aber noch was offen. Katja und Duck. Was über sie? Du denkst nicht, das sind St. John's? Nein. Sie brauchen Katja, weißt du? Sie ist die ganze Grund, warum sie uns hier gebracht haben. Sie ist. Und Duck ist wertvoll, als ein Verwaltungsgerät. Wir müssen sie zu kommen. Ja, was muss ich denn hier machen? Ah, Lüftung. Ein lang... Ja, mit dem Steingeld hat, natürlich. Ein Knochen könnte das Trick machen. Hast du eine Knochen? Äh, äh. Äh, schau da. Äh, schau da. Äh... Shit. Ja, okay, ich brauche eine Münze. Wo kriege ich jetzt eine Münze her? Ja, fragen wir sie mal. Ich bin sorry, Lüftung. Aber wenn wir rauskommen, brauchen wir deine Hilfe. Und Larrys. Ich denke, ich könnte rauskommen. Aber ich brauche etwas, um die Knochen zu entfernen. Aber ich brauche etwas, um die Knochen zu entfernen. Und du kannst die Knochen zu entfernen. Und du kannst die Knochen zu entfernen. Nein. Was über ihn? Look, I know this is a terrible time for her. Back in the Motoring. Larry... I mentioned something about keeping coins. In other words, my father is more useful to you dead than a lot. If you were alive and had the key to get out of here. Do you think you keep it to himself? My blessing to loot his corpse? Orbs? Your permission. Do what you have to do. Oh, boy. Oh, Junge. Uh... Any idea, which pocket he keeps us changing? I have no idea, which pocket he keeps us changing? Okay. Guck, guck. Hast du Kohle? Einen Ring. Einen Ring. Don't worry. Ich habe es nicht genommen. Mh... Arschtasche? Da ist noch Geld drin, oder nicht? Ich gehe kaputt. War klar, da die letzte Tasche wieder ist. Ja, wahrscheinlich gehen noch zwei Münzen kaputt oder so. So, gehen wir jetzt einmal da rein. Äh, einmal hier. Die Münzen nehmen. Uh, das geht sogar. Du hast es? Ja, eine andere sollte es tun. Ach, hier auch noch. Ja, guck an. Zack, zack, MacGyver lässt grüßen. Ei, ei, ei. Oh, ich glaub, ich zock gleich mit Clamp. Na, bleiben wir mal neutral, wie immer. Jetzt darf ich tatsächlich mit ihr zocken. Wird bestimmt cool, ey. Oh, da kommen ja fiese Geräusche raus. Oh, ich brauch' ne Kippe. Ein Lungenflügel wärmer. Macht sie die Tür auf? Komm schon. Clamp, mach die Tür auf. Ja, sauber. Da draußen ist ein Mann. Den kann ich überwältigen. Hoff' ich zumindest. Ach, wir sind da. Ja, lecker. Ja, guten Hunger, ne? Alles, was man braucht. Boah, ist denn draußen los, ey? Unwetter pur. Ich mein' jetzt Immobilie live. Uh, gute Waffe. Kann man die mal gebrauchen. Was haben wir da oben? Oh nein, ey. Tja, war beschimmbark. Gehrungssäge. Ach, das weiß ich auch noch nicht so. Kleine Viehtreibe. Oh, Elektroschocker. Sehr schön. Ne, ich nehm' lieber den, ey. Ich will doch töten. Jetzt haben wir noch. Blutige Dose. Jetzt haben wir noch Schönes hier. Ne Sichel. Was ist das? Blut. Hm. Das sieht gut aus. Mein Gott, was haben die hier gewütet. Ich wette, ich rutsche gleich wieder aus. Na, ich nehm' lieber die Sichel. Jawoll. Willst du hier aber Elektroschocker? Na, ich will ihn nochmal anlabern. Okay. Lass uns gehen. Das geht sowas von schief, aber egal. Worum stehst du? Da ist die Waffe. Okay. Wetten wir die Kuh. Macht gleich Geräusche. Hey, was machst du außerhalb der Bar? Oh, shit. Ich habe nur gegründet den Ort, wie du gesagt hast. Einmal gucken. Oh, jetzt muss ich aber rein. Jetzt muss ich aber rein. Hallo. Boah, was hat denn der da alles? Das wäre doch jetzt perfekter Moment. Warum legt denn der da eine Falle hin? Ist ja doof. Was sollen wir tun? Du hast eine Weckung? Ja, gut. Geh es einfach. Als nächstes er übernimmt, dann kommt er von der Ecke. Wir sehen, was er jetzt macht. Okay. Ich hoffe, das klappt. Wow, fuck. Ach, kacke. Das ging ein bisschen... Alter, habe ich Herzklopfen, ey. Waffe nehmen, Waffe nehmen. Der hat mir ins Ohr geschossen. Jawohl. Du alter Lümmel. Fuck, 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 sauber. Wo hat er denn die Sichel her? Ja, latsch da rein. Haha. So, jetzt wirst du sterben, Alter. Du wirst nicht leben. Kann ich den nicht noch töten? Ja. Jawohl. Das ist so, wie die Welt funktioniert jetzt. Geh ein Teil von dir selbst. So, dass andere leben können. Das ist, warum du die Frau in den Wald töten hast. Sie war über alles zu spüren. Richtig. Auf jeden Fall sterben, ey. Warte. What no? Musste sein, sorry. Wieso glaubt Clementine mir? Gott, nein! Katja! Geh. Ich werde Clementine sicher bleiben. Warte doch noch länger. Ach, der wird doch auch ein Zombie, ne? Wie war das mit Gehirn zerfleischen, etc.? Was muss ich denn hier Schönes machen? Wow, krass. Ins Schlachthaus rein. Da will ich nicht rein. Was macht der denn da jetzt? Kein Zombie, bitte. Kein Zombie. Oh, Alter. Oh. Wo kommt die denn her? Carly! Lee? Au! Shh! Ist das alles okay? Wir haben die Schrieme gehört, als wir nach dem Haus gekommen sind. Was? Zwei. Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us. Shit. Is everyone else okay? They still got Duck and Kaja in the house. And I don't know where the fuck... Hmm, was mach ich jetzt? We're coming in the house. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kitty. Ja, wo Kenny ist, weiß ich nicht. Okay. Ah, spaßige... Sache wird das. Gut, machen wir hier mal ein Projekt. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Said, Tschüss. jogoin. Joi. Jo relentless.